Schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's dran, dass man seinen römischen Wachtturm basteln. Solche römischen Wachtturme standen halt natürlich an den Grenzen postioniert. Zu alle 100 Blöcke würde ich dir einen raten, der einfach mal zu setzen, damit du dein Reich auch gut überwachen kannst und dass auch keiner reinkommt, der nicht rein soll. Besonders wurden diese Türme an Limes gebaut, da wo sie, sag ich mal, vor unseren barbarischen Freunden uns schützen sollten, wie die Römer sie auch nannten, Germanen, also theoretisch unseren Vorfahren. Heute sind wir natürlich auf der Römerseite und basteln uns so einen Turm. Wir werden ihn auch innen drin schön gestalten, sag ich mal, da gehe ich auch ein bisschen drauf ein, wie du den natürlich gestalten kannst innen drin, um ihn dann auch wirklich zu nutzen in Minecraft. Ich bin also zurzeit gerade so ein bisschen in einem antiken Trend. Ich finde eigentlich den Baustil der Römer auch sehr interessant, da kann man bestimmt auch ein paar kleinere Sachen bauen. Wenn wir aber was Großes bauen wollen von, sag ich mal, der Artikel von Rom, müsst ihr mal beim Play vorbeischauen, der baut auch zurzeit gerade das Kolosseum. Bin ich sehr gespannt darauf, wenn er das fertig hat, weil ich denke mir so, da könnten wir auch vielleicht ein paar Gladiatorenkämpfe veranstalten, wo wir dann, sag ich mal, auch solche Türme in unserem ganzen Land verteilen müssen, um, sag ich mal, dann auch diese Spiele in Ruhe zu veranstalten. Jedenfalls würde ich sagen, schnappen wir uns mal ein paar Blöcke einfach mal zur Hand und fangen gleich mal an. Für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen weißen Beton raus, dann holen wir uns steinzige Mauern raus, dann ein paar abgezogene Fichtenholzstämme, dann nochmal ein paar Schwarzeichenholzstämme, da wo jetzt aber mal überall die Rinde dran ist, dann holen wir uns noch ein paar Steinstufen raus, dann poliert ihr an die Siedstufen, dann ein paar Fichtenholzstufen, dann auch ein paar Schwarzeichenstufen und davon nochmal die Treppen. Für unser Turm legen wir erstmal los mit unserem Grundriss. Dabei nehmen wir erstmal weiße Betonblöcke zur Hand und setzen uns eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja, weiße Betonblöcke einfach mal hin. An den Seiten können wir dann gleich schon mal ein paar Mauern machen, dann setzen wir wieder mal sieben, ja, weiße Betonblöcke hin, dann kommen wieder unsere Mauern und wieder die weißen Betonblöcke, so dass wir halt erstmal dieses schöne Viereck kriegen für unseren Grundriss. Auf jeder Seite haben wir sieben Betonblöcke und die Ecken halt immer mit unseren Mauern. So, jetzt können wir das Ganze erstmal hochsetzen und zwar würde ich mal sagen auf eine Höhe von insgesamt zwölf Blöcke, das heißt, wir setzen noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Blöcke rauf. Insgesamt haben wir ja dann zwölf. Sobald wir unseren Turm erstmal so weit hochgezogen haben auf insgesamt zwölf Blöcke, ist der nächste Schritt jetzt mit unseren Mauern das Ganze ein bisschen zu befestigen. Das heißt, wir fliegen hier einfach mal hin und schlagen jetzt hier immer so im Wechsel, sag ich mal, immer auf jeder Seite hier ein bisschen was frei. Auf der gegenüberliegenden Seite halt eine Blockschicht darunter. Das machen wir so an den Seiten halt überall, wo wir unsere Mauern haben, damit, sag ich mal, das Ganze doch ein bisschen stabiler ist und halt ineinander so ein bisschen greift. Und das Coole ist einfach bei den Mauern, ihr seht es ja, dass die richtig schön glatt werden, wenn wir die hier einmal so platzieren. Das sieht dann richtig aus, als ob der hier richtig drin greift. Und dann können wir das hier einmal so an den Seiten platzieren. Und das machen wir auf jeder Seite. Wir müssen nur auf eine Sache achten. Und zwar, wenn wir, sag ich mal, jetzt hier unten den zuerst gesetzt haben, können wir den jetzt nicht hier unten hinsetzen, weil das sieht dann doof aus, weil das dann einfach sehr gleich wäre. Und daher machen wir hier das Ganze dann ein höher. Und so geht das eigentlich hier rum. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder so weiter. Das heißt, jetzt haben wir da unten, dann setzen wir den hier wieder oben hin. Hier kommt er unten hin. Und dann geht das hier wieder so an, dass wir hier den oben haben. Hier kommt er unten hin. Und dann sollte das hier auch perfekt aufgehen. Und dann können wir das erstmal den Seiten überall so verbinden. Sobald wir die Ecken natürlich verfeinert haben an den Seiten, geht das weiter mit unseren abgezogenen Baumstämmen. Und zwar wollen wir die jetzt hier oben darauf einmal platzieren. Und zwar ziehen wir die hier immer so in eine Richtung, biegen hier wieder ab und ziehen die wieder in so eine Richtung, dass wir uns erstmal hier auf so eine Schicht einmal hier langziehen. Sobald wir das denn hier oben so einmal langgezogen haben, können wir hier auch gleich vorne einmal ansetzen, eigentlich auf jeder Seite. Und zwar fangen wir an der Seite an, dass wir uns hier nochmal so drei weitere Baumstämme nach vorne ziehen. Wir lassen immer dazwischen eine Blockreihe Platz und ziehen hier wieder so drei Baumstämme einfach mal nach vorne weg. Insgesamt haben wir dann auf jeder Seite fünf Stück. Sobald wir die Baumstämme einmal ringsherum platziert haben, geht es jetzt, dass wir den Turm wieder in der Mitte weiter hochziehen wollen. Jetzt nehmen wir mal unsere ganz normalen Schwarz-Eichenholz-Stämme. Und zwar fangen wir an der Seite an, dass wir hier erstmal fünf Blöcke einmal so dran platzieren. Das machen wir eigentlich jetzt erstmal hier in jeder Ecke. Plus denn natürlich nochmal, nachdem wir dann hier die fünf Baumstämme gemacht haben, lassen wir immer dazwischen einen Block frei und setzen hier noch einfach mal fünf ran. Und das machen wir halt auf jeder Seite so, dass wir eigentlich, kann man ja sagen, auch gleich hier vier Baumstämme auf jeder Seite hat. Da machen wir jetzt hier nicht so, ja, solche großen Umstände draus. Nee, komm, wir machen jetzt hier einfach so mal ringsherum unsere Baumstämme hin. Sobald wir die natürlich nach oben gezogen haben, können wir oben die Baumstämme einfach mal miteinander filmen. Einfach hier an der letzten Blockreihe ziehen wir die hier einmal so lang. Und wenn wir das soweit haben, können wir jetzt einfach noch die Mitte, also die Mitte hier einfach nochmal aushüllen mit weißem Beton. Sobald wir die Flächen dazwischen ausgeführt haben mit unserem weißen Beton, schlage ich mir gleich schon mal zwei Eingänge frei. Da würde ich einfach mal auf einer Seite mir einfach hier nochmal den Beton ein bisschen weghauen, setze mir eine Treppe umgedreht einmal hin und dann würde ich nochmal auf der gegenüberliegenden Seite mir nochmal so eine Tür oder so einen Durchgang einmal mal frei hauen. So, wunderbar. Sobald wir das haben, nehmen wir wieder unsere Baumstämme mal zur Hand und platzieren das hier auch wieder, sag ich mal, hier so ein paar Pfeiler hier oben einmal dran. Diesmal machen wir aber jeweils nur auf der Seite vier und auf eine Zweierlänge. Sobald wir das haben, wollen wir jetzt anfangen, auch uns oben das Dach raufzuziehen. Da nehmen wir erstmal unsere Steinstufen und ziehen uns erstmal hier so ein Format einmal hier lang, hier an den Seiten komplett, einfach so ein schönes Vierheck ziehen wir uns hier mal lang. Und heute haben wir wirklich die Ehre, uns ein schönes, normales Minecraft-Dach uns einmal zu ziehen, also so ein kleines, schönes Pyramiden-Dach, was man ja eigentlich eher selten baut. Aber bei den Römern ist das da wirklich auch so gewesen. Also zack, können wir mal diesmal so richtig Classic-Minecraft hier so ein Dach raufzimmern. Okay, so, haben wir dann erstmal hier unser schönes Vierheck drauf. Wollen wir an sich uns dann natürlich erstmal hier so ein bisschen nach oben zählen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach hier so ein paar Stufen und forme mir einfach mal kurz mein Format, wie ich hier so nach oben gehe. So, zack, wunderbar. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wo hier die Mitte ist. Das heißt, um das abzugleichen, gehe ich einfach synchron auf der anderen Seite auch nochmal so hoch. Immer hier Stufe-Schicht für Stufe-Schicht, gehe ich hier so nach oben, wunderbar. Und dann sehe ich schon, wo sie sind, sage ich mal hier oben, meine Mitte ist, dann kann ich das hier schon mal so ausfüllen und muss das natürlich noch nach unten wieder so ein bisschen ordentlich machen. Jetzt haben wir natürlich hier ab und an dann auch, sage ich mal, auch so einen Block, fällt dir bestimmt auf. Da gibt es dann den Trick, kurz mal eine Stufe zur Seite hinsetzen und dann kannst du hier das da auch wieder so hinsetzen. Oh, wunderbar, wir machen das schön ordentlich. Andere Seite müssen wir natürlich auch noch gleich ordentlich machen. So, na, wunderbar. Okay, soweit wir das haben, können wir jetzt, sage ich mal, anfangen, uns das Dach auch so nach oben zu ziehen. Wir haben jetzt, sage ich mal, hier so ein bisschen die Spitze. Aber ich will jetzt mein ganzes Dach, sage ich mal, nicht nur mit den Steinstufen machen, sondern auch mit den polierten. Und zwar sollen die Steinstufen nur, sage ich mal, einmal unten hier ringsherum platziert sein und dann halt einfach die schrägen. Da hätte ich die auch gerne. Das heißt, du kannst jetzt einfach hier so anfangen, so wie wir das haben, und ziehst du das hier schon so einfach so nach oben. Du kannst auch immer wieder dann gleich hier eine Stufenreihe so ein bisschen Platz lassen, denn dann nimmst du einfach die Steinstufen und setzt sie hier gleich so ran. Oh, wunderbar. Und bist schon oben. So, das machen wir mal. Sobald wir denn unser Dach soweit haben, können wir oben auch noch gerne hier das Ganze so ein bisschen spitzer zulaufen lassen. Und ganz oben in der Mitte halt nochmal so eine Steinstufe. So, sobald wir dann, sage ich mal, das Dach da einmal draufgezimmert haben, nehmen wir jetzt mal unsere Fichtenholtstufen. Erste Aufgabe, was wir damit jetzt, sage ich, erstmal so ein bisschen zuziehen, ist jetzt hier unter dem Dach hier einfach mal diese freien Flächen. Da setzen wir einfach unsere Stufen jeweils hin, dass man hier gar nicht reingucken kann. Ja, das sieht auch gut aus. So können wir das dann erstmal hier lassen und dann da. Nächste Aufgabe mit den Fichtenstufen. Wir setzen jeweils hier immer unter unseren freien Flächen, die wir hier haben, auch noch eine Stufe davon einfach mal ran. Sobald wir dann die Stufen hier einmal über einer Seite platziert haben, nehmen wir jetzt unsere Schwarzeichenholzstufen und ziehen davor jetzt wieder so eine Schicht einmal hier lang. Gehen hier wieder einmal ringsherum. Und sobald wir auch diese Stufen verbastelt haben, geht es noch an unsere Schwarzeichenholztreppen. Und zwar immer unter unseren Dreierbaumstamm hier. In der Mitte setzen wir immer da so einfach mal eine Treppe ran. Das machen wir dann natürlich dann auf jeder Seite. Plus dann nochmal, dass wir dann hier so eine Verbindung einfach mal bauen mit so einer Stufe. Und da würde ich mal sagen, die Stufe machen wir so Doppelstufe, dass wir hier nicht wirklich so einen Block haben, sondern einfach zwei Stufen. Dann haben wir hier unsere Verbindung einmal gebastelt. Und dann können wir das hier auch wieder einmal ringsherum zeichnen. Sehr schön. Sobald wir das dann haben, sollte das Ganze dann ringsherum erstmal so aussehen. Und dann heißt es, wieder neues Blockmaterial einmal rausholen. Um weiterzubauen, holen wir uns jetzt mal davon dann noch die Schwarzeichenholzblöcke einmal raus. Davon nochmal die Zäune, die Falltüren und natürlich auch nochmal die Knöpfe brauchen wir. Weiter geht es dann auch noch hier mit einer Fichtenholztür. Empfehle ich einfach mal, ist so an sich die beste Textur für die Antike. Dann holen wir uns noch ein paar steinzige Blöcke raus. Nochmal ein paar Treppen davon. Ah ja, den Fichtenzaunen, ja, den bauen wir auch. Und dann noch ein paar Buchsteinmauern einfach mal. So, erstmal verbauen wir uns das ganze Schwarzeichenholz. Und zwar wollen wir uns oben noch natürlich ein Geländer basteln. Und da würde ich sagen, da machen wir die Holzblöcke immer in Abstand von zwei Blöcke. Und dann sollten wir hier auch immer allperfekt aufgehen, wenn wir an der Ecke anfangen. Zwei Blöcke platzt lassen und wieder so einen Holzblock hin. Ja, man sieht schon, geht alles perfekt auf. Sobald wir das denn hier auch einmal ringsherum gezogen haben, können wir dazwischen dann einfach noch einmal unsere Zäune platzieren. Und sobald wir die Zäune da einmal platziert haben, können wir jetzt unsere Falteln nehmen und die dann auch noch einmal mal da drauf platzieren. Natürlich nach unseren Falteln bleiben noch die Knöpfe von unserem Holz übrig. Die würde ich mir einmal hier vorne an meinen Baumstämmer einmal platzieren. Das könnten ja so ein paar Nägel sein, die wir da noch reingehauen haben. Da wir das Ganze noch ein bisschen doch fester oder stabiler wirkt. So, sobald wir dann auch unsere Knöpfe verbaut haben, ich habe mir mal kurz einfach irgendeinen Block rausgeholt. Und jetzt ist es eigentlich ein Block, ich nehme das mal. Und zwar möchte ich mir jetzt hier natürlich schon mal meine Türen reinbasteln. Da musst du mal gucken, wie du, sage ich mir, das denn auch die innen drin hier noch gestalten wirst. Obwohl ich glaube, wenn wir eher mehr eine Fichtenstufe nehmen, dann wirkt das auch besser von draußen. Also nehmen wir da gleich wieder Fichten. Denn die Tür setzen wir einmal so wieder nach innen gerichtet rein, damit die Treppe ja, sage ich mal wieder, das tut, wofür wir die ja hingesetzt haben. Damit die Tür natürlich ein bisschen größer wirkt. Sobald wir die einmal oben platziert haben, möchte ich mir noch eine Tür unten einmal platzieren, weil sonst kommen wir ja gar nicht in so einen Turm rein. Da suche ich mir auf einer Seite die Mitte einmal raus, lasse mir unten drei Blöcke Platz und dann schlage ich mir ja hier einfach mal so ein 3x3 Feld einfach mal frei. So, da will ich mir dann, sage ich mal, jetzt aber hier einfach mal schon mal an den Boden so einen Eichenholzblock einmal einsetzen. Weil wir bauen ja auch noch später hier die Treppe nach oben oder die Leiter nach oben, wie man dann hier hochkommt. Und da ist es bei mir jetzt, sage ich mal, schon Eichenholz. Du musst mal gucken, was du annimmst. So, da setze ich mir natürlich schon gleich mal meine Tür einmal rein. Dann an den Seiten mache ich mir einfach mal meine Steinziegelblöcke hin. Und oben halt die Treppe, damit die Tür natürlich wieder ein bisschen größer wirkt. So, als nächstes kommen unsere Fichtenzäune zum Einsatz. Da mache ich mir ein paar Fenster jetzt natürlich rein. In der Tika hatten wir noch nicht so ein Glas und für solche Wachtürme hat man sowieso kein Glas, sage ich mal, da benutzt. Von daher, ich mache mir jetzt einfach mal zwei Fenster hier oben im Turm an den Seiten einfach mal rein. Dann kannst du ja entweder so ein kleines Fenster machen oder machst du ja halt so auf eine zweier Blockhöhe einfach mal so ein Fenster rein. Und dann möchte ich mir unten noch welche machen. Da gucke ich mal einfach von der Tür aus. Und zwar, wenn wir natürlich, sage ich mal, im Gebäude sind, will ich ja die Fenster nicht auf dem Boden haben. Von daher gucken wir mal von der Tür. Zweite Blockhöhe hier von der Tür. Gehen wir hier zu den Seiten. Und dann kann ich mir hier schon mal mein Fenster reinhauen. Wie viele Fenster du dir machst jetzt, sage ich mal, auf jeder Seite oder sage ich mal, nur auf einer Seite oder keine Ahnung. Ne, die kannst du entscheiden. Ich mache mir das jetzt einfach auf jeder Seite. Wäre nicht schlecht für so einen Turm, ne. Dann können wir in jede Richtung gucken. Und dann würde ich mir noch ein zweites Fenster machen, denn der Turm hat, sage ich mal, die Größe für drei Stockwerke. Von daher lasse ich mir einfach über das Fenster so zwei Blöcke Platz und setze mir da dann einfach nochmal so ein Fenster rein. Kann ja nicht schaden, ne. Und Umblick, der ist ja immer positiv. Von daher, zack, hauen wir überall noch so ein Fenster rein. So, jetzt haben wir natürlich hier so einen Nigel-Nagel-Neuen-Turm. Den kannst du dir jetzt so lassen oder nimmst dir ein bisschen Bruchsteinmauern raus und sagst, ne, der steht hier schon ein paar Jahre. Der verteidigt schon unseren Limes schon ein paar Jährchen. Von daher sieht man schon hier so, ne, dass es so ein bisschen Fassade abblättert. Ich würde dir einen Tipp geben, mach nicht mehr so als vier Bruchsteinmauern auf den Seiten hin. Verteile sie so ein bisschen. Achte darauf, dass sie sich nicht unbedingt mit diesen Mauern verbindet. Also da würde ich immer so eine schräge Wende machen. Weil, wenn ihr das, sag ich mal so, miteinander verbindet, ich finde das nicht schön. Das gefällt mir nicht, weil das dann einfach zu tief reingeht. Von daher würde ich sagen, macht ihr da lieber so eine schräge rein. Dann passt das Ganze. Ja, das finde ich immer ein bisschen schöner, als wenn diese genau miteinander verbunden sind. Und hier oben ein. So, sobald wir natürlich jetzt unsere Mauern verbaut haben, wollen wir natürlich noch den letzten Schritt machen. Und natürlich noch die Treppe, wie man in den Turm reinkommt. Das heißt, wir holen uns jetzt ein bisschen Eichenholz raus. Davon die Treppen und Blöcke, falls du die noch nicht verwendet hast. Und dann noch ein paar Fichten, Pfeiltüren. Ich finde, die passen eigentlich relativ gut dazu. Und zwar fliegen wir einfach mal zum Turm hin. Und dann einfach hier einfach so dran. Einfach hier die Treppe ran. Umgehe die da runter. Ne, und so gehen wir halt hier einfach so runter. Zack. Treppe fertig. An den Seiten kannst du noch deine Pfeiltüren machen. Und falls du natürlich jetzt noch den Block nicht platziert hast, dann machst du ihn einfach hier rein. Weil das sieht dann ein bisschen schöner aus, wenn es natürlich die gleiche Holzfarbe hat. So, an der Seite auch nochmal die Pfeiltüren. Und dann haben wir unseren Römer-Turm schon fertig. Man kann natürlich jetzt noch kleine Feinheiten machen. Eine Feinheit wäre, was ich eigentlich cool finde mit den Ketten. Und zwar, dass euch einfach in den Ecken, ihr könnt das in jeder Ecke machen. Oder ich würde das jetzt eigentlich nur in einer Ecke mal empfehlen. Dass ihr euch einfach hier mit den Ketten hier sowas runter bastelt. Und da könnt ihr dann, sag ich mal, eure Banners ranheften. Ne, ich weiß ja nicht unter welche Flagge ihr kämpft. Ne, kämpft ihr unter Julius Caesar-Flagge oder unter anderen Flaggen? Ne, das könnt ihr ja entscheiden. Am besten so, dass zwei Ketten, zack, hier oben sind. Weil wir müssen ja das Banner eigentlich nur auf einer Blockhöhe machen. So, ja wunderbar. Und dann sieht das hier doch richtig cool aus. Und dann würde ich nochmal eins machen. Einfach so, weil wir es können. So. Und dann hängen die hier schon. Na, man kann sie sich ja vielleicht noch tiefer hängen. So, in etwa. Ja, dass man so vielleicht nochmal zwei Ketten zwischen den nächsten Banner hat. Ich glaube, das wirkt besser. Ja, und dann kann man sich das hier noch so ein bisschen verfeinern mit. Aber an sich haben wir jetzt unseren Römer-Turm fertig. Jetzt ist natürlich nur noch das Schwerste. Und zwar muss man sich den natürlich noch einrichten. Aber da überlasse ich ihnen jetzt hier wieder freie Hand, wie man sich das macht. Aber wir gucken uns trotzdem vorher nochmal den Turm an, wo ich eingerichtet habe. Vielleicht sind das so kleine Tipps, Ideen so, wie man sich den natürlich einrichten könnte. Bevor wir uns den aber richtig angucken, unseren Römer-Turm müssen wir uns natürlich richtig kleiden. Weil sonst kommen wir ja gar nicht rein. Dann lassen uns ja die Soldaten ja nicht drin. Meine Empfehlung für eine gute Römer-Rüstung ist natürlich ein Nerithelm. Ein Schild brauchen wir dabei. Natürlich hier noch eine Nerith Brustplatte. Ich finde, die passen so richtig gut zu den Römern. Denn eine rote Lederhose, die holen wir uns mal raus. Plus noch ein paar Nerith Stiefel. Also an sich eigentlich eine teure Rüstung, die wir haben. Natürlich haben wir noch unser Schwert dabei und unser Schild. Das rüsten wir natürlich gleich richtig aus. So wunderbar. Und dann sind wir bereit für den Kampf für Julius Caesar in die Schlacht zu ziehen, um Germanien zu befreien und sie alle, sag ich mal, unter dem Römischen Reich zu vereinen. So, wir wollen uns natürlich dann einmal unser, zack, römisches Vor. Hier einmal kurz angucken, unser Römer-Tor. Was ich halt cool finde, ist auch mit Rüstungsständer sich das Ganze zu platzieren. Du könntest ja eine eigene Legion damit so ein bisschen basteln. Finde ich ganz cool. Auch natürlich, sag ich mal, hier so einen Standartenträger, der natürlich deinen Banner trägt. Auch ganz einfach. Ist einfach so ein Rüstungsständer hier mit so einem Zaun vorne gebastelt. Und schon trägt er deine Banner durch das ganze Land. So, dann wollen wir uns natürlich einmal in den Rinditum ein bisschen angucken. Ich habe das einfach mal so gemacht. Wir kommen hier rein und dann haben wir hier unten, sag ich mal, unseren Waffenraum. Denn falls wir angegriffen werden, kann man ganz schnell, sag ich mal, vom Turm hier reinkommen. Und dann sich hier einfach mal schnell ausrüsten mit seiner Rüstung, seinen Waffen. Auch hier vielleicht Pfeil und Bogen noch schnell schnappen, wie man möchte. Vielleicht schärfst du das Ganze auch. Und sogar, wenn du, sag ich mal, schaffst, seinen Turm zu verteidigen. Und vielleicht Gefangene nimmst, kann man sich vielleicht auch unten einfach ein bisschen tiefer buddeln. Und dann sich hier so einen kleinen Kerker reinbasteln. Guck mal, hier haben wir so ein paar Germaren gefangen. Haha, ihr werdet bald ins Kolosseum kommen. Wenn es fertig ist. Aber das dauert vielleicht noch. Aber dann werden sie ins Kolosseum kommen. Ja, ja, wir schauen mal. Ja, ansonsten kannst du hier natürlich noch so eine kleine Sitzecke machen. Vielleicht bewacht die auch einer. Vielleicht auch noch hier so ein bisschen was zu trinken. Unten ein paar Fässer gelagert. Vielleicht auch hier eine kleine Wasserquelle noch, um die, sag ich mal, ein bisschen hier mit Wasser zu versorgen. Naja, dann haben wir hier unten natürlich unsere Kerker. Und dann wollen wir mal nach oben gehen. So, denn das erste Stockwerk, was wir hier haben, ist, sag ich mal, dafür da, damit der Soldat sich auch ein bisschen erholen kann. Natürlich ein paar Vorräte kann man sich hier lagern und natürlich ein paar Betten. Ich sag mal, das Lager ist groß, oder der Turm ist groß genug, dass hier auch mehr als nur drei Leute, sag ich mal, kampieren können. Aber ich würde unbedingt nicht, sag ich mal, mehr Betten machen als, sag ich mal, die Hälfte der Mannschaft. Denn die Leute sollen ja auch abwechselnd, sag ich mal, Schicht halten. Das heißt, dann können hier drei schlafen und drei Wache halten, sodass der Turm rund um die Uhr halt immer besetzt ist. Ja, dann gehen wir hier auch einmal wieder hoch und kommen hier schon ganz oben hin. Hier kann man das natürlich noch ein bisschen nutzen als Lagerraum, weil denn der Turm bietet ja, sag ich mal, sonst eigentlich auch genug Platz. Aber ich wollte ihn halt nicht zu doll, sag ich mal, zustellen. Von daher platziere ich mir hier oben noch ein bisschen was. Und dann kann man, sag ich mal, hier oben auch noch ein paar Ligonäre platzieren. Natürlich mit einem guten alten Bogen, damit ihr auch hier alles abschließen könnt, was sich unserem Turm nähert. Und dann verteidigen wir unseren Liegenmessier und lassen keinen hier über unsere Grenzen rüber. Unser Wachtturm steht, er beschützt jetzt unser Reich. Falls du natürlich jetzt Lust hast, ein Römer zu sein, gibt es auch einen kostenlosen Römer-Skin im Shop. Da musst du dir einfach mal hier dieses alte Krieger-Skin-Paket mal raussuchen. Und dann kannst du dir dann hier einfach so einen Römer kostenlos nehmen. Da kannst du sie natürlich auch kaufen, wenn du noch andere antike, sag ich mal, Skins haben möchtest. Aber ansonsten gibt es da einen kostenlosen Römer-Skin. Habe ich dir mal rausgesucht, falls du auch mal Römer spielen möchtest. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und natürlich beim Beschützen deines Reiches. Wer größer ist, werde vielleicht sogar ein größerer Ober als Caesar. Wer weiß. Aber ansonsten bedanke ich mich halt wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dein Haus rein. Und Tschüss! Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und dein Haus rein.